Hallo meine lieben Kinder, jetzt kommen die Obstsorten. Jetzt schauen wir mal die neuen Wörter. Geht's los! Was ist das? Das ist die Himbeere. Wie ist die Himbeere? Die Himbeere ist rot. Die Himbeere ist klein. Die Himbeere ist süß. Die Himbeere ist lecker. Was ist das? Das ist die Sauerkirsche. Das ist die Sauerkirsche. Das ist die Sauerkirsche. Wie ist die Sauerkirsche? Die Sauerkirsche ist klein. Die Sauerkirsche ist rund. Die Sauerkirsche ist sauer. Die Sauerkirsche ist rot. Was ist das? Das ist die Wassermelone. Das ist die Wassermelone. Das ist die Wassermelone. Wie ist die Wassermelone? Die Wassermelone ist groß. Die Wassermelone ist rund. Die Wassermelone ist grün und rot. Die Wassermelone ist süß. Die Wassermelone ist fein. Die Wassermelone ist lecker. Und die Wassermelone ist schwer. Jetzt von vorne an. Was ist das? Das ist das Obst. Was ist das? Das ist die Birne. Was ist das? Das ist der Apfel. Was ist das? Das ist die Kirsche. Was ist das? Das ist die Erdbeere. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist die Aprikose. Was ist das? Das ist die Traube. Was ist das? Das ist die Mandarine. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist die Himbeere. Was ist das? Das ist das? Die Wassermelone. Die Wassermelone. Die Wassermelone. Die Wassermelone. Das ist die Wassermelone. Tschüss!